Und worauf freuen Sie sich am meisten? Aufs Ausschlafen. Wissen Sie eigentlich, wer in mein Büro kommt? Ich glaube, es wird dein Serverraum. Alles Gute zur Pensionierung! Wow! Eine Kreuzfahrt. Das ist super! Guten Morgen. Alles. Ab jetzt machen wir Fifty-Fifty im Haushalt. Wir können doch eine Putzfrau einstellen. Jetzt, wo du mithelfen musst. Sag mal, Heinz, komm doch mit auf unsere Kreuzfahrt. Gerade noch geschafft. Auf diese Reise hätten wir uns wieder ein wenig näher kommen können. Mir ist ein bisschen schlecht. Wir sind uns doch nah. Die ganze Zeit sind wir uns nah. Peter? Du sprichst ja mehr mit Heinz als mit mir. Bleibst du noch? Ich bin erst 65. Ich bin doch nicht 90. Okay. Findest du mich nicht mehr sexy? Andere Paar schmusen und reden nach 40 Jahren sicher auch nicht mehr so viel. Was ist alles? Wir müssen das Schiff wenden. Nein, Herr Kahn, ich beruhige Sie sich. Ich werde mich nicht beruhigen! Reisen. Neue Leute kennenlernen. Ich will noch ein bisschen mehr von meinem Leben. Ich habe es noch nach deiner Tante zu tanzen. Ein solches Drama in meinem Alter. So ist das in der Liebe. Alt werden ist halt nix für Freikin. Du willst doch Abenteuer. So? Wir sind seit 42 Jahre verheiratet. Das gibst du doch jetzt nicht einfach auch. Was machen wir jetzt? Und überhaupt seid ihr pensioniert, seid ihr irgendwie so Gacka! Jetzt reißt euch doch einfach zusammen! Das ist das, was wir machen!